willkommen bei com to publish wir wagen uns heute an ein neues programm und zwar nicht an ein fertiges sondern um eine beta version mir geht es um affinity und affinity hat neu den publisher zur verfügung gestellt wir kennen ja affinity von foto her eine unheimlich coole version die sie auf ipad oder auf einem computer haben können also es gibt wirklich eine desktop version und auch eine mobile für ipad genau gleich weit sind wir mit designer auch dort gibt es eine desktop version und auch eine für das ipad das heißt wir haben eine bildbearbeitungssoftware und wir haben eine grafiksoftware und neu gibt es eben diese publisher version es ist frei zur verfügung für sie wenn sie sich registrieren können sie diese runterladen einfach aufgepasst es ist wirklich eine beta version die noch nicht richtig funktioniert aber man kann wirklich gut dann auch mitreden und sagen was man möchte und seit ich die jetzt runtergeladen habe haben wir schon vier updates bekommen und die sind wirklich sieht man dass die leute da mitarbeiten und dass die in denen auch umgesetzt werden es gibt ein sehr gutes forum wo man mitreden kann also da gibt es eine für mac eine für pc und ein allgemeines und wie sie sehen geht es hier jetzt um themen wie pdf export wie denn die hilfslinien da kann man überall mitreden wie gesagt das ganze ist frei zur verfügung das kann man runterladen wenn man das möchte und ich würde ihnen gerne jetzt affinity vorstellen das sieht dann so aus man hat auch einen einstiegs bildschirm wie man das von affinity her kennt und hat hier werbung dann hat man hier ein paar beispiel nur eines im moment dann gibt es tutorials sie haben direkten zugang zu den foren zu facebook und zu twitter in den nächsten videos die sie sehen werden wir einen rundgang quer durch affinity publisher die beta version miteinander machen